Was geht ab, meine XRP-Freundinnen da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Es ist Freitag und wir schauen wie immer auf den Kurs und natürlich auf die aktuellsten News, die derzeit anstehen. Momentan traden wir bei knapp 60 US-Dollar-Cent, das heißt wir sind weiterhin bullisch nach oben hin konsolidiert, so wie wir es letzte Woche besprochen haben. Ihr seht hier noch den angezeichneten Kursverlauf, wie wir letzte Woche im Freitagsvideo darüber gesprochen haben, welcher Verlauf möglich wäre und genauso ist es im Endeffekt eingetreten. Wir sind nochmal Richtung 0,53 runter in diese grüne Box. Danach kam eben dieser Impuls nach oben hin, ist sogar noch ein bisschen übertriebener nach oben hingegangen, hat die Ineffizienz hier bei 0,62 US-Dollar gehittet und dann kam jetzt im Endeffekt die erste größere Abverkaufswelle. Mit was das zu tun hat, das werden wir uns auf jeden Fall in unserem heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, Like da lassen, Abo da lassen und natürlich wie immer gerne die Telegram-Gruppe abchecken. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Und weiterhin auch gerne meine Partnerbörse BingX abchecken. Da könnt ihr natürlich auch XRP kaufen und natürlich auch XRP traden. So und damit gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin, XRP momentan bei 60 US-Dollar Cent. Wir haben die Ineffizienz hier oben jetzt auf den Dollar perfekt, hier auf 4 Stunden Basis, das erste Mal gefüllt. Das war wichtig. Daraufhin jetzt der Abverkauf hat natürlich auch mit ein paar News zu tun, die rausgekommen sind. Und zwar eine Milliarde XRP kommen auf den Markt oder sind auf den Markt gekommen. Hier steht es nochmal drin. Demnach gingen Transaktionen in drei Tranchen raus. 100 Millionen, 400 Millionen und 500 Millionen XRP. Insgesamt beläuft sich der Gegenwert der transferierten Token auf etwas über 600 Millionen US-Dollar. Der Schritt ist für Ripple jedoch nicht ungewöhnlich. Bei der Erschaffung des Netzwerks wurden 55 Milliarden XRP, das muss man sich mal geben, 55 Milliarden XRP, die Hälfte der Umlauflänge auf das Treuhandkonto verschlossen. Seitdem gibt das Netzwerk jeden Monat eine Milliarde XRP frei, um so eine kontrollierte Inflationsrate aufrecht zu erhalten. Also nichts Ungewöhnliches, trotzdem minimale Auswirkungen auf den Kurs, ist aber alles noch im Positiven möglich. Das heißt, wir müssten jetzt erst einmal vielleicht eine Korrektur noch kriegen bis ungefähr 0,57, 60. Wir haben hier einen schönen 4-Stunden-Order-Block, wenn wir ihn mal ganz kurz einzeichnen hier. Und der passt perfekt mit unserer ehemaligen Widerstandszone überein. Das heißt, diesen Bereich sollten wir jetzt erst einmal testen oder hier nochmal runterkommen. Würde auch übrigens, wer Bitcoin noch ein bisschen verfolgt, zu meiner Theorie passend Bitcoin nochmal so Richtung 33,2, 33,4 rum, würde XRP dann auch hier nochmal runterkriegen, weil wir dann nochmal einen kleinen Abverkauf hätten von knapp 4 bis 5 Prozent. Vielleicht heute schon um 13.30 Uhr, wenn die News aus den USA kommen, wer weiß das schon. Auf jeden Fall, das wäre die bullische Variante. Wir kriegen dann hier unsere Bestätigung und ziehen dann durch bis knapp 0,66 US-Dollar-Cent. Weil hier oben dann nochmal zwei markante Widerstandspunkte sind, eine kleine Ineffizienz und noch so ein kleiner Widerstandsbereich. Also das sind die markanten Punkte und sollten wir dann wirklich hier drüber schließen, weil davor hat nämlich, oder danach besser gesagt, hat nämlich dieser rasante Abverkauf damals angefangen. Dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir dann auch wieder Richtung 0,75 US-Dollar-Cent steigen könnten. Aber erstmal Step by Step, die 0,57 müssen wir jetzt erstmal halten als unser Support und dann Richtung 0,66 US-Dollar vorstoßen. So, gehen wir mal auf den Daily-Time-Frame. Was gibt es hier derzeit zu besprechen? Eigentlich wenig, wir haben einen schönen Aufwärtstrend gebildet. Das Volumen, gut, ist jetzt nicht überragend geil, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt hier eine absolute Aufwärtsrallye, das können wir ehrlicherweise nicht sagen. Wir haben eher sinkendes Volumen, was einhergeht, höhere Hochs, kleine Divergenz, die wir hier schon vorliegend haben. Aber wie gesagt, das kann sich dann nochmal ändern. Wichtig wäre es jetzt, und das ist eben das, was ich befürchte, warum ich eher davon ausgehe, dass wir dann hier oben, sollten wir Richtung 0,66 US-Dollar vorstoßen, dass dann hier der Abverkauf folgt, dass wir dann hier eine Bearish Divergence reinkriegen. Das heißt, ein tieferes Hoch im RSI mit einem höheren Hoch im Chart bis 0,66, sehr, sehr gut möglich. Und von hier aus dann runterdampen, nochmal Richtung 0,56, 0,57. Und dort dann eben die Entscheidung ist, gehen wir Richtung 0,75 oder dampt XRP wieder möglicherweise hier runter und holt sich noch diesen WIG bei 0,42 US-Dollar-Cent. Also wir kommen jetzt in spannende Phasen. Und dann habe ich nochmal einen Artikel hier rausgesucht bei Concierge. Ripple News, Top-Krypto-Analyse zählt XRP bei diesem Preis im November. Er sieht auch, ich habe mir den Artikel mal ein bisschen durchgelesen, es ist keine Hype-Prognose, sonst hätte ich diesen Artikel hier nicht reingebracht, dass man hier sagt, okay, knapp unter 0,70 US-Dollar-Cent pro Token. Wenn XRP den lokalen Widerstand 0,68 überwinden kann, ist das ein sehr bullisches Zeichen und es besteht eine gute Chance, dass es den Widerstand durchbricht und Höchststände um 90 US-Dollar-Cent erreicht. Und das überprüfen wir jetzt auch nochmal so mit meiner Analyse. Es gibt sich eigentlich so perfekt, also so 0,66, 0,68 bin ich voll akkord, wegen hier dem 0,5er, wegen dieser Widerstandszone, das wäre so das Maximumziel. Danach können wir deutlich bullischer, sollte hier dann die Korrektur eintreffen, nochmal deutlich bullischer werden. Sollten wir hier nicht durchbrechen oder der Kurs jetzt schon schwach machen, wie gesagt, dann wäre der erste Step wieder in die Range hier möglicherweise reinzugehen, bis 0,48 US-Dollar-Cent und dann im bearischsten Fall die 42 US-Dollar-Cent-Marke wieder anzutesten. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben jetzt innerhalb der nächsten Tage und Wochen möglicherweise auch, warten wir mal, was im Endeffekt eintritt. Long wäre wie gesagt die Möglichkeit hier bei den 0,57, kann man sich mal angucken. Und ansonsten bin ich hier eher dann für den Short, den wir dann hier oben eingehen können, zwischen 0,66 und 0,68 US-Dollar-Cent. Mehr News gibt es momentan bei XRP nicht, es ist ziemlich ruhig geworden. Natürlich könnte ich heute sagen, ja, das und das und das. Nee, ihr wisst, wie die Videos ablaufen, absolut neutral und versuchen hier das Beste draus zu machen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen guten Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche zum XRP-Update-Video. Morgen kommt ein kleines Bitcoin-Update noch. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen und wer Bock hat, hört euch gerne den Crypto & More Podcast an, da heute eine neue Bitcoin-Folge rausgekommen. Ich weiß, auch wenn ihr XRP-Friends seid, trotzdem gerne reinhören auf jeden Fall. Gut, dann war es das von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Like da lassen, Abo da lassen und bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stick.